so schmeißen wir damit geld um uns als gäbe es kein morgen es wird ausreichen okay blutrünstig muss auch demnächst weg okay egal es ist hauptsache wir haben den boss besiegt mehr will ich gar nicht hauptsache wir haben den boss besiegt wir haben neues schönes item nämlich den talisman und ja können wir doch zufrieden ok langsam aber sicher kommen wir in die verlegenheit oh drei getreidesäcke ich meine guter loot ist nirgends dabei ja dann machen wir doch noch mal einen kleinen run drei getreidesäcke dann gibt es wieder kostenlos dann gibt es wieder kostenlos futter nächste woche ja sonst ist halt echt nichts wichtiges dabei und wir sind in woche 43 wir haben nicht mal die hälfte der zeit rum und wir haben jetzt schon mehrere veteranbosse besiegt also da bin ich sehr stolz das läuft ganz gut die normale hexe haben wir den normalen nekromanten haben wir den prophet noch nicht den den könig der schweine die zweite sirene haben wir auch es geht es geht gut es geht es geht voran es geht voran so getreidesackfest haben wir labirintis labirint die das war es dann schon ok mal andersrum gefragt wen brauche ich denn du du bist eine sehr gute barbarin du musst hoch ich nehme clown mit und du heilst so klingt blöd aber ist so let there be blood bluten 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 oder was einen moment kannst du bluten ich glaube nicht du bist heilerin total bescheuert ich weiß wir hatten doch mal hier sind die schuhe äh ups kostet nix kostet ja alles nix da gehen wir mal hin 3 bis 4 heilung wirken sooo sanatorium wer geht ins sanatorium syphilismus weg das ist ein gutes stichwort cool unser geist oh zeuge was war zeuge nochmal achso kann ich gebete ah ok ich glaube ich habe das gerade mit irgendwas anderem verwechselt blutrünstig aber du bist ja schon bedient du bist schon bedient das zweck hat das auch ne nochmal ein zeuge ein ein spieler betet und geißelt sich nicht licht lichtempfindlich lichtempfindlich sind wir schon die rüstung durchgegangen nein siehste da ja ja eine schaufel zur sicherheit okay ja 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 doch das machen wir ja 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 ah sb sorry oh mir ist warm Okay, geht gut los. Reißsack Nummer 1. Ähm. Was haben wir? 110%. Das sollte ausreichen. So, einen schönen Scouten, bitte. Kritsch gescoutet, optimal. Oh, hier sind's. Äh, ganz schlecht. Du musst weg. Denn AOE-Damage kann ich sehr schlecht teilen mit der Truppe. Oh, gut. Gut. Du sollst doch ausweichen, Kerl. Ach, du Scheiße. Äh, äh, äh. Okay. Kriegen wir in den Griff. Kriegen wir alles im Griff. Ah, ein Glück. Holy shit. Das ist ja West-Hallen-Niveau. Oh. Tja. Ach, nö. Ach, nööök. Fucking Grids. Was soll denn der Scheiß? Ich will dich ein bisschen healen. Der Hund nimmt die Sache selbst in die Hand. Yikes. Zieh dich jetzt. Ah, stabil. Er war gut. What? What? Hallo? Ich beeile mich doch. Was? Was soll das denn? Jetzt ist er nochmal dran. Gut. Meine Herren. Okay. Mit Krits kann man auch Stress heilen. Schwache Beute. Richtig schwache Beute. Richtig schwache Beute. Kein Scout. So, warte. Yes, Baby. Ist es dein Ernst? Meine Güte. So, da ich nur eine Schaufel dabei habe, lassen wir das Hindernis hier stehen. Stressheilung. Sehr gut. Ich meine, wir haben noch. Okay. Wir haben noch eine Lagerung. So ist es ja nicht. Gleich nochmal ein bisschen Damage buffen, wa? Ne, he, 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 he. Okay, drei Würmer. Kein Problem. Da könnten wir sogar ein bisschen Zeit schinden. Ach du Scheiße. Und ein bisschen Stress heilen wollte ich gerade vorschlagen. Okay. Bist du's? Uff. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, ihr musst weg. Sehr schön. Du kannst auch weg da hinten, ne? Stress heilen. Oh, jetzt sieht's wieder gut aus. Jetzt sieht's wieder nicht gut aus. Ist das doch jetzt nicht dein verschissener Ernst, Junge? Oh! Alt, ha! Das lässt sogar in der Westhallen alt aussehen. Komm, geh aus dem Weg, du nervst mich. Haben wir ein Gegengift? Natürlich nicht. Okay, okay, okay. Oh, scheiße! Nicht gut, 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 nicht gut. Oh, sehr schlechte Trefferwahrscheinlich... Warum hab ich nur so schlechte Trefferwahrscheinlichkeiten? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Äh... Oh, nein. Oh, nein! Oh, Gott sei denn! Oh, Gott sei denn! Oh, pfff! Pfff! Ähm, 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 ähm. Der Schaden wird nicht ausreichen. Ich muss noch manuell draufhauen. Also der Schaden von der Sense. Aus dem Weg. Oh Gott, das Upgraden der Rüstung hat sich gelohnt. Mein Herz bleibt gleich stehen. Okay, ich muss heilen. Geh weg. Ah, jetzt geht's langsam wieder. Eine Barbarin, die nichts trifft. Ich bin begeistert. Ja, jetzt ist es egal. Jetzt bist du alleine. Jetzt kannst du ruhig ein Netz machen. Na, endlich. Kritzgerout, wunderbar. Leider ohne Erfolg. Leider ohne. Haben wir hier gekritzt? Ja, haben wir, ne? Mich interessiert's aber... Okay, es ist nur ein Rucksack. Schönes Ding. Ja, verschling sein Herz. Kannst du gern machen. Bin ich fein mit. Sieht's denn aus an der Front. Oh, geht, ne? Machst deinen Hühlerjob eigentlich ganz gut, Ditten. Kann ich jetzt nicht mehr gampen. Ditten, hitten. Äh, ein Lippen mit eins. Naisu. Continue the Onslaught. Destroy them all. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Näh. Diesmal glaub ich nicht an die Onyx. Diesmal hol man das Geld. Bücher. Okay, komm. Bevor's gar nix bringt. Hm. Sehr schön. Müssen wir weniger heilen. Optimal. Optimal. Und das ist das Schöne, wenn man so fleißig scoutet wie ich. Oder, ja, halt Wert auf Scout generell legt. Die Gegner, die du triffst, sind meistens überrascht. Weil du sie halt einfach per Scout entdeckt hast. Das ist das Schöne. Okay. Ach, du Kacker. Achtendreißiger-Grid. Houston. Warum eigentlich? Weil der geblutet hat? Nicht mal. Gab's keinen Buff. Oder kein Bonus-Damage auf Bluten. Egal. Achtendreißiger-Grid. Sieht natürlich immer gut aus. Macht's doch Spaß. Macht's doch da. Ach so. Nehmen wir dich mit. Oh, dann würde ich vorschlagen. Ja, machen wir hier schon den. Den. Dingens, ne? Ähm. Erkunden. Alle Gefährten plus Zweigeschwindigkeit. Nice. Crit. Äh. Äh. Äh, ein Pep-Talk vielleicht noch. Drei Mädchen. Also Maden. Mädchen. Äh, nö, nö. Ihr wisst, was ich mein. To the motherfucking pit. Richtig back to the pit. Oh. Die Geschwindigkeit hat sich jetzt schon gelohnt durch den Buff. Danke, Ditten. Noch einer. Nice. Oh, fucker. Oh. Oh. Schön. Oh. Direkt mal den Stressschieber da hinten weg, ne? Herrlich. Wenig Schaden beim Schwein gemacht. Ist okay. Also plus Zweigeschwindigkeit auf alle. Au. Oh, Mann, ey. Wieder komplett durch die Reihe, wa? Na gut. Die langen Death, das lohnt sich echt, die Zweigeschwindigkeit hätte ich nicht gedacht. Entforblich. Was ist das? Ich wollte es gerade wieder griffen. Ich habe es dir genau angesehen. Okay, 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 okay. Die haben auch noch Stunnen. Schuss. Oh, shit. Oh, perfekt. Das Problem sind halt die Getreidesäcke, ne? So, da wird jetzt hoffentlich... Ja, wobei, so viel Essen brauche ich auch nicht. So viel Essen an Bord. Holy shit. Ach, egal. Okay, 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 okay. Oh, was ist denn jetzt los? Warum so wenig? Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du elende Mistgeburt. Du scheiß Ratte da hinten, ne? Oh mein Gott. Das... Drecksviech. Holy shit. Du hast zwei Lebenspunkte und Blut ist für zwei. Du bist aus dem Rennen. Gut. Junge, 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 Junge. Was bewirkt eigentlich Schüttelfrost? Irgendwas... Irgendwas ekliges. Oh mein Gott, ja. Bleh. Du gehst jetzt auch weg. Eins mit dem Knüppel rübergezogen. Och man, musst du eigentlich immer kritten, wenn ich noch das Licht anhabe. Ah. Ach, diese einfachen scheiß Scouts. So. Ist eh wieder kein Geheimraum für mich. Aha. Klaro. Und... Und... ... ... ... ... ... ... Der Schaden ist ernüchternd. 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 Ich muss wieder Bitten übernehmen. Okay. Die Truppe sieht wieder stabil aus. Ach, du lebst noch mit eins. Ich hau dir sowas ein. Oh mein Gott. Ich werde hier nur noch verarscht. Vorne bis hinten. Der Schaden ist ernüchternd. Der Schaden ist ernüchternd. Nee. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich will jetzt mal vernünftigen Schaden sehen. Das ist anstrengend gerade. Das ist gerade echt anstrengend. Oh oh. Oh oh. Was ist los Würmchen? Kommt ihr nicht an vierte Position? Die ist doch markiert. Das ist doch eure Gelegenheit. Das ist doch eure Gelegenheit. Jetzt kommt der Crit, ne? Klar. Und da steht ich. Du musst dich mal stammen hier. Junge. Bei dir wird es aber auch knapp. Bei dir wird es aber auch knapp. Okay. Der ist aus dem Rennen. Oh. Oh. Hmm. 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 Ja. Dann sind wir raus, ne? Mehr gibt es nicht. Leider. Oh je, oh je. Es wird immer schlechter, Leute. Nichts? Okay. Okay. Das ist echt viel verlangt. Hasenfuß. Oh je, jetzt müssen wir noch mal zeigen. Hier ist auch noch jemand. Blutrünstig. Sonst haben wir nichts mehr. Spieler. Wow, die sind richtig bittere. Ich glaube, das heben wir uns mal aus. Das muss mal langsam weg. Oder unvorbereitet. Ich habe da immer die Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder eine Quest starten, wo im Sanatorium alles frei ist. Aber so eine Quest mit der Medizin einsammeln, prockt nur im Wald. Jetzt haben wir wieder komplette Freiversorgung. Okay. Eine lange Ruine würde sich anbieten. Die Meereshöhlen möchte ich nicht. Oh, geht und ausweichen. Wenn in Blut rauscht. Achso, aber nur wenn Blut rauscht. Das ist ja super speziell. Ein Sonnenring. Ich will Zeit sparen. Wir machen eine lange Ruine. Also Zeit sparen im Sinne von, dass wir so viel EXP, so viel Fortschritt wie möglich bekommen in den Dungeons. Wie machen wir das so? Ja, ich glaube, das machen wir so. Ich will nur das Bordell besuchen, um Stress abzubauen. Das ist nicht gut. Ich will im Dorf nur trinken. Ja, das kann weg. Okay. Dann schlage ich vor, dass wir in die Ruinen gehen. Da haben wir Ruinen. Ruinentaktiker. Ruinentaktiker, Ruinerforscher. Ach du Scheiße, du bist ja perfekt, Reynolds, für die Ruinen. Das würde dich auf Stufe 5 bringen. Ich will nicht so viele Leute auf 5.